Das sowjetische Imperium. Diktatur im Namen des Kommunismus. 40 Jahre kalter Krieg. Der eiserne Vorhang teilt Europa. Doch das unmenschliche System bekommt Risse. Die Menschen wollen Veränderung. Einfache Frauen und Männer werden zu Helden. Sie machen das Unmögliche wahr. Für Dan Bojner war es der schwierigste Job seines Lebens. Das Verfahren gegen den rumänischen Diktator Nikolai Ceausescu und seine Frau Elena. 1989. Jahre später kehrt der damals junge, unerfahrene Staatsanwalt an den Ort des Prozesses zurück. In diesem Raum fand der Prozess statt. Hier saßen die Richter. Ich stand neben diesem Ofen. An dieser Seite saßen die beiden Anwälte. Dort saßen die Eheleute Ceausescu. Und an dieser Wand befanden sich mehrere Stühle, die praktisch für die Assistenten waren, die sonstigen Prozess beteiligten. Der spektakuläre Prozess gegen das Diktatorenpaar, das Rumänien 24 Jahre lang beherrscht hat. Elena und Nikolai Ceausescu wollen gar nicht glauben, was passiert. Die Militärs wirken unbeteiligt und nach einer Stunde ist alles vorbei. Als der Prozess zu Ende war, wurden die Eheleute Ceausescu von den Mitgliedern der Exekutionsabteilung nach draußen gebracht. Die Exekutionsabteilung nach draußen ist die Eheleute Ceausescu von den Mitgliedern der Erwamen und überrascht. Vier Tage vor dem legendären Prozess. Eine verordnete Versammlung. Nikolai Schauschesko lässt hunderttausend Menschen, treue Arbeiter und Genossen herbeikarren. Eine Loyalitätskundgebung, die ihn stützen soll. Zunächst läuft alles wie immer. Doch plötzlich Buhrufe. Nicoletta Mattei geht an diesem Tag mit ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder nachmittags nach der Schule zur großen verordneten Versammlung. Der Vater nimmt sie mit, denn er hat von Kollegen gehört, dass sich dieses Mal irgendetwas zusammenbraut. Er hat uns ganz genau erzählt, was er gehört hatte und hat sich entschlossen, mich und meinen Bruder mitzunehmen, damit wir uns der Versammlung anschließen. Er hat uns mitgenommen und wir sind in Richtung Zentrum gegangen. Er war sich sicher, dass es nicht gefährlich werden würde. Schauschesko bricht seine Rede ab. Doch die Menschen bleiben. Sie singen ein altes Revolutionslied. Der Diktator und seine Entourage sind irritiert. Seit 1965 Parteichef und seit 1974 Staatspräsident Nikolai Schauschesko. Er huldigt einem Personenkult nach dem Vorbild Chinas und Nordkoreas und will das stark landwirtschaftlich geprägte Land in eine große Industrienation verwandeln. Er verspricht den Menschen Lohn und Arbeit und macht Rumänien politisch und wirtschaftlich unabhängig von der Sowjetunion. Das macht ihn populär. Die 60er Jahre waren eine Zeit der Liberalisierung in der Literatur, in der Kunstpolitik. Das war ein Land, in dem aus Gründen, die auch damit zu tun hatten, dass der neue KP-Führer Nikolai Schauschesko auch den Rückhalt damals der Intellektuellen, der Technokraten, der Künstler gebraucht hat, eben denen eine größere Bewegungsfreiheit zugestanden wurde. Doch aus der einstigen Kornkammer Europas, dem Bauernstaat Rumänien, wird unter Schauschesko, dem Kondukator, ein bitterarmes Land. Die Landwirtschaft wird abgebaut, die Industrialisierung mit westlichen Krediten forciert. Doch der erhoffte Boom bleibt aus. Und gigantische Bauprojekte wie der Palast des Volkes, das zweitgrößte Gebäude der Welt, verschlingen immense Summen. Rumänien war als erstes Land des Ostblocks dem IWF und der Weltbank beigetreten. Und der IWF versuchte nun, dem Regime in Rumänien ein Austeritätsprogramm, also ein Sparprogramm für die Bevölkerung aufzudrängen. Schauschesko entwirft 1981 sein eigenes Sparprogramm. Um die 11 Milliarden Dollar Staatsschulden zurückzuzahlen, gehen die meisten Nahrungsmittel in den Export. 1982 werden Lebensmittel rationiert. Die Folgen sind verheerend. Das bedeutete für die Bevölkerung, dass man auch kaum mehr oder nur ein Mindestmaß mehr an Heizmitteln importieren konnte. Die Menschen haben also nicht nur, sagen wir mal, Not gelitten. Es wurde sehr vieles nur noch für vier Geld unter dem Ladentisch verkauft, was man normalerweise in den Geschäften gefunden hatte. Und vor allem die Kälte, die die Menschen in ihren Häusern, die Reduzierungen von Elektrizität, natürlich auch die verkürzten Fernsehstunden, nur noch zwei Stunden Fernsehen am Tag. Also sozusagen, es gab weder Brot noch Spiele. Das war dann doch für viele Menschen zu viel. Luxus gibt es nur für das Diktatorenpaar. Das Volk lebt in Armut. Doch darüber wird nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Es gab quasi zwei Welten in jedem Haus, eine innere und eine äußere. Die ganz nahestehenden Verwandte, sehr gute Nachbarn, sehr gute Freunde, die sprachen über die Lage. Wir sind damit aufgewachsen, dass über den Kommunismus gelästert wurde. An den Straßenecken zum Beispiel. Wir sprachen über das Elend, in dem wir lebten. Aber niemand hatte den Mut, etwas dagegen zu unternehmen. Denn Ceausescu baut gerade in den 80er Jahren den Geheimdienst Securitate weiter aus. Der erstickt alle Ansätze für eine Opposition bereits im Keim. Bespitzelungen, Hausarreste, Folter, viele Regimegegner werden auch in die Psychiatrie eingesperrt oder zur Ausreise gedrängt. Für den Westen ist Ceausescu dennoch lange ein Hoffnungsträger. Er schert bei der Niederwerfung des Prager Frühlings 1968 aus dem Warschauer Pakt aus. Verfolgt ab Mitte der 70er Jahre diplomatische Beziehungen zu Israel, später auch zur Bundesrepublik und anderen Staaten. Damit grenzt er sich immer mehr vom Ostblock und von der Sowjetunion ab. Dagobert Lindlau, damals ARD-Korrespondent, drehte zahlreiche Reportagen über die Lage in Rumänien unter Ceausescu. Er hatte 1989 die Gelegenheit, ein Interview mit ihm zu machen. Das letzte vor dessen Sturz. Darin verteidigt der Diktator seine eigene Vorstellung vom Sozialismus. Wir können uns keinen Sozialismus vorstellen, der nicht die grundlegenden gesellschaftlichen Probleme löst, der nicht Gleichheit zwischen den Menschen schafft, der die Zweiteilung der Welt in Arme und Reiche nicht aufhebt. Schauschescu gibt sich ganz staatsmännisch, überzeugt von seinem Kurs. Doch er wirkt verbraucht, müde, der Lage nicht mehr gewachsen. Ich hatte mir immer vorgestellt, dass der Kondukator, der gottgleich verehrte Führer der Rumänen irgendetwas von diesem Format hat. Und wenn man ihn dann vor sich hat und wenn man ihn genau anschaut, wenn man seine Fingernägel anschaut, wenn man anschaut, ob er geschminkt ist, was gibt ja viele Gerüchte, wenn man so jemanden trifft, die man überprüfen will, dann stellt man fest, dass er eigentlich ein rumänisches Bäuerchen ist, der irgendwie zum guten Anzug gekommen ist. So wirkt er auf einen. Und man versteht den ganzen Personenkult überhaupt nicht mehr. Man merkt auch, und das ist das Erschütternde daran, dass er von seiner Praetorianer Garde vollkommen abgeschirmt wird. Dass er also in dem Moment, in dem er mit einem reden will, weil er was erfahren will, warum denkt die Welt draußen so über mich, wie sie eben über mich denkt, was ich ihm gern erzählt hätte, dann greifen die sofort ein und verhindern jedes Gespräch. Das heißt, er war auch desinformiert. Er war eine Puppe im Grunde, die vorgeschoben wurde. Längst ist Schauscheskus Kurs verhärtet. Er findet sich seit Mitte der 80er immer mehr im Einklang mit Erich Honecker und der DDR mit seiner Ablehnung von Gorbatschows Perestroika. Auf seinem letzten Parteitag im November 1989 verweigert Schauschesku jegliche wirtschaftliche und politische Reformen, trotz des zunehmenden Elends der Menschen. Die Rumänen seien ein freies Volk, es würde ihnen an nichts mangeln. Als Schauschesku Anfang Dezember 1989 nach Moskau zu Gorbatschow reist, wird ihm dort sein Rücktritt nahegelegt. Doch er weigert sich und hält unbeirrt an seinem diktatorischen Kurs fest. Das Verhältnis zur Sowjetunion war auch unter Brezhnev nicht gut. Es hatte sich unter Andropov, der ja als Erster nach dem Tode Brezhnevs 1982 den Umbau einer Perestroika des Ostblocks vorgenommen hatte, schon sehr stark verschlechtert, der Druck war gewachsen und unter Gorbatschow erst recht. Auch in Rumänien wird die Kritik am Diktatorenpaar und seinem Personenkult immer lauter. Ich glaube, was man im Westen nicht so gut versteht, ist die Tatsache, dass die gesamte Bevölkerung Rumäniens praktisch antikommunistisch war. Zum Unterschied von anderen Staaten Ostmitteleuropas, wo sie auch heute noch hören, ja, wir haben damals geglaubt und so, man war antikommunistisch. Und auf diesem Antikommunismus, den Ceausescu dann mit nationalen Parolen eine Zeit lang versucht hatte, zu verschönern und zu versüßen, von diesen Parolen war nur noch der lächerliche Personenkult übrig geblieben. Und mit dem Beginn dieser Austerität, dieser Sparpolitik der 80er Jahre, wo die Menschen nun in ihren ureigensten Bedürfnissen, menschlichen Bedürfnissen, und auch in der Reisefreiheit, in der Freiheit, Bücher zu lesen, weil die auch nicht mehr importiert wurden oder fernzusehen, so behindert wurden, da war am Ende wirklich die gesamte Bevölkerung gegen Ceausescu. Temeswar, Westrumänien, 600 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Eine kosmopolitische Stadt. Hier lebt die ungarische Minderheit. Man kann mehr Fernsehsender empfangen als anderswo und die Rumänen hören über Radio Free Europe von den Umwälzungen in Polen, Ungarn, der DDR. Und es gibt einen ungarischen Pastor, der bereits seit Jahren die Religions-, Minderheiten- und Menschenrechtspolitik Ceausescus kritisiert. Laszlo Töckisch. Der Geheimdienst Sekuritate lässt ihn auffallend lange gewähren. Kommt er den Parteikadern, die den Diktator ebenso kritisieren, gerade recht? Bereits im Juli 1989 hatte er dem ungarischen Fernsehen ein Interview gegeben und darin beklagt, dass die Rumänen ihre Menschenrechte gar nicht kennen würden. Meine Botschaft in dem Interview war, dass wir die Diktatur und Ceausescu nicht unterstützen dürfen. Das wurde dringend gebraucht, um Ceausescu zu demaskieren. Das Interview wird im ungarndahen Grenzgebiet empfangen. Endlich klagt jemand das Regime wegen der verheerenden wirtschaftlichen Lage und der Missachtung der Menschenrechte öffentlich an. Eine Initialzündung. Dieses Interview löste einen Schock aus, bei der Sekuritate genauso wie bei den Rumänen. Vor allem an der Grenze konnte das Programm gesehen werden. Denn damals war es verboten, ausländische Fernsehkanäle zu gucken. Die, die es sahen, waren total geschockt. Und Kopien von dem Interview wurden in ganz Rumänien verbreitet. Besonders in Transsilvanien, in Siebenbürgen. Es hatte eine ungeahnte Wirkung auf die Atmosphäre in Rumänien. Anfang November wird Türkisch, der seinen Posten in Temeswar räumen soll, von maskierten Geheimdienstlern überfallen. Am 15. Dezember soll er weggebracht werden. Er hat die Stimmung, die damals herrschte, nachdem die Staatsführung und deren Ordnungskräfte ihn von Temeswar in ein Dorf in Siebenbürgen deportieren wollte, wie man damals sagte, hat ganz einfach dazu geführt, dass die Menschen auf die Straße gingen. Aber man weiß auch wiederum, dass es sehr viele Jugendliche damals auf den Straßen gab, sowohl ansässige Temeswarer als auch kurzfristig Zugereiste, die die Menschen und die Studenten, die jungen Leute, sozusagen vor das Haus von Türkisch getrieben haben und zum Aufstand aufgerufen haben. Die Menschen demonstrieren. Friedlich. Und Ceausescus Verteidigungsminister und der Geheimdienstchef lassen sie gewähren. Der Unmut war groß und man wusste von den Demonstrationen vom November 1985 in Kronstadt, Braschow, dass dieser Unmut besteht und dass man diesen Unmut auch kanalisieren und instrumentalisieren kann. Und so wachsen Unmut und Unzufriedenheit. Die friedliche Stimmung kippt. Viele Rumänen schauen nach Temeswar. Ich habe von Kindesbeinen an Radio Free Europe gehört. Und in der Nacht des 17. Dezember haben wir alles gewusst, was in Temeswar passiert war. Wir haben alles gewusst. Amst du dort. Ceausescu, Oberbefehlshaber der Streitkräfte, erteilt nun doch den Schießbefehl. Es fallen erste Schüsse. Gerüchte von tausenden Toten machen die Runde. Sender und Zeitungen im In- und Ausland berichten darüber. Einige Leichen werden in Bukarest heimlich verbrannt, um sie nicht identifizieren zu können. Tatsächlich sterben insgesamt 60 Menschen. Drei Tage später hält Ceausescu seine bestellte Versammlung vor 100.000 Rumänen ab. Eingeschüchterte Arbeiter, Mitläufer des Regimes, die dazu extra nach Bukarest gefahren wurden. Das Fernsehen überträgt wie immer, wenn der Diktator spricht. Das Fernsehen, der Diktator spricht. Doch die Menge, sie but ihn aus. Hilflos versucht er vom Balkon des Zentralkomitees die Ruhe wiederherzustellen. Vergebens. Einige Rumänen versuchen, das ZK-Gebäude zu stürmen. Sie zertreten Jubeltransparente. Die staatlich organisierte Kundgebung geht in eine Protestdemonstration über. Viele Menschen verlassen den Platz, während Ceausescu sich nicht beirren lassen will und weiterspricht. Doch dann bricht er die Rede ab. Die Menschen machen ihrem Unmut Luft. Sie wollen freie Wahlen, Reisefreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Öffnung der Grenzen, Entlassung der politischen Häftlinge. Der Beginn der rumänischen Revolution. Die Chance, sich von 24 Jahren Diktatur zu befreien. Armee und Sekuritate versuchen die Ordnung wiederherzustellen. Doch alles geht drunter und drüber. Es waren sehr viele Demonstranten im Zentrum. Es waren sogar noch kleinere Kinder als wir dort. Und alle wünschten sich nur das eine, die Situation im Land irgendwie zu ändern. Alle wollten eine Veränderung. Und was dort später geschah, war wirklich furchtbar. Sie haben Wasserwerfer auf die Demonstranten gerichtet. Sie haben sie durchnässt. Es wurden Losungen gegen das Regime gerufen. Man konnte die Verzweiflung sogar auf den Gesichtern lesen. Die Kundgebung des Regimes wird innerhalb weniger Stunden zum Volksaufstand. Die Menschen harren aus, warten, was passiert, werden von anderen mit Essen und Trinken versorgt. Selbst zehn Stunden nach der Rede Schorzeskus wollen sie nicht nach Hause. Noch in derselben Nacht wird geschossen. Polizei, Armee und Geheimdienst, inzwischen auch gegeneinander. Es kommt zu willkürlichen Verhaftungen. Wer zuerst schießt, ist bis heute unklar. Auch Nicoletta, ihr Bruder und ihr Vater werden überraschend festgenommen, mitten aus der demonstrierenden Menge heraus. Nicoletta muss am eigenen Leib erfahren, wozu die Schergen Schorzeskus fähig sind. In einer Garage der Polizei. An den Bänden ringsherum standen Menschen mit erhobenen Armen. Die Garage war geschlossen und sie schlugen uns und forderten, wir sollten Freiheit rufen. Und je lauter wir riefen, desto öfter sagten sie, wir hören nichts, wir hören nichts. Dann riefen wir, Freiheit, Freiheit und sie schlugen uns dabei. Sie schlugen auf uns ein, immer stärker. Wenn wir uns umdrehten oder Au riefen, brüllten sie uns an und schlugen uns auf Arme und Beine. Sie nahmen Wassereimer, füllten sie dort am Wasserhahn und schütteten sie über uns aus. Hinter unserem Rücken wurde ein Mann geschlagen. Zwei Männer wurden geschlagen. Einer von ihnen wurde totgeschlagen. Sie haben ihn hier hinter meinem Rücken totgeschlagen. Am nächsten Morgen ruft Ceausescu über das staatliche Fernsehen den nationalen Notstand aus. Viele Menschen kommen wieder ins Zentrum. Sie hoffen, dass der verhasste Diktator endlich verschwindet. Ceausescu versucht gegen Mittag nochmal, die Rumänen auf seine Seite zu ziehen. Erst vom Balkon aus, später vom Dach des ZK. Vergebens. Katalin Giocano ist seit dem 22. Dezember im Zentrum dabei. Er hat genug von der Armut und dem Elend, in denen er aufgewachsen ist. Weil wir glaubten, dass der Moment gekommen ist, etwas im Land, in Rumänien zu ändern. Dass wir ein Regime stürzen, das mehr als unheilvoll für Rumänien war. Während in Bukarest Ceausescu noch um seine Macht ringt, wird die minderjährige Nicoletta mit ihrem Vater und dem kleinen Bruder in das Gefängnis von Jelava außerhalb der Hauptstadt gebracht. Die einen feiern schon den Umsturz, die anderen werden noch von den Handlangern Ceausescus festgehalten. Nach 20 Jahren kehrt sie zum ersten Mal an den Ort zurück, an dem sie schreckliche Stunden verbracht hat. Mit meinem Vater haben sie mich etwa 20 Minuten in einer Zelle gelassen. Dann haben sie mich von seiner Seite gerissen. Genauso wie sie auch meinen Bruder weggerissen hatten. Und dann haben sie mich in den Hof rausgebracht. Zusammen mit neun Jungen, alle minderjährig, in den Innenhof. Meine Hände waren mit einem Strick gefesselt. Und dann haben sie uns in einen anderen geschlossenen Transporter gebracht. Als ich neben ihm ging, sagte mein Vater nur, Nana, pass auf deinen Bruder auf. Nur das. Ich war sicher, dass mein Vater hier sterben würde. Die Rumänen sind noch immer vor dem ZK. Viele versuchen, in das Gebäude einzudringen. Auf dem Dach steht ein Hubschrauber bereit. Die Passagiere, Nikolai und Elena Schauschescu. Theodor Marisch, ehemaliger Fußballspieler und nicht politisch aktiv, beobachtet die Szene. Er will Schauschescu eigenhändig erwischen, läuft in das Gebäude des ZK und nimmt eine Waffe. Doch er kommt zu spät. Der Enthusiasmus war unendlich groß. Denn dieser Platz war voll. Hier waren tausende, hunderttausende Menschen. Ein Enthusiasmus, den nur wir, die wir hier waren, erleben konnten. Und wahrscheinlich auch nie wieder. Ich wünsche mir auch nicht, dass so etwas in Rumänien nochmal passiert. Man fing an, Bücher, Dokumente durch die Fenster hinauszuwerfen. Sogar Anzüge sah ich aus dem Fenster fliegen. Ich kann es nicht beschreiben, dieser Enthusiasmus, dass wir frei sind. Alle sehen mit an, wie der Hubschrauber mit dem Diktatorenpaar davonfliegt. Die Schauscheskus sind auf der Flucht. Die Rumänen atmen auf. Das Ende des Diktators. Alles, was an die schreckliche Zeit unter Schauschescu erinnert, wird symbolisch vernichtet. Viele Akten des Geheimdienstes, freilich, bekommen die Demonstranten nie in die Hände. Es war ein Gefühl, von dem ich denke, dass ich es nur einmal erleben werde. Aber ich habe es einmal erlebt und ich glaube, so etwas kommt nur einmal in 100 Jahren vor. Es war ein Gefühl des Glücks, der Einigkeit. Wir fühlten uns alle eins miteinander, es war fantastisch. Die Nachricht über die Flucht der Schauscheskus verbreitet sich wie ein Lauffeuer im ganzen Land. Die Menschen gehen auf die Straße, feiern den Sieg über den Kommunismus und ihre Freiheit. Die meisten Soldaten stellen sich auf die Seite der Rumänen. Alles sieht nach einer fast friedlichen Revolution aus. Doch andernorts nehmen Verhaftungen und Schießereien kein Ende. Viele Sekuritate-Leute schlüpfen in Armeeuniformen, denn als Soldaten sind die Geheimdienstler weniger dem Zorn der Bevölkerung ausgesetzt. Andere tragen Zivilkleidung, weil sie gar nicht mehr erkannt werden wollen. Ein unheilvolles Durcheinander. Es gab Kämpfe zwischen Armee-Einheiten und anderen Armee-Einheiten, wie zum Beispiel beim Flughafen Otto Penn. Es gab Kämpfe in Hermannstadt, Sibiu, wo sehr starke Militärgarnisonen stationiert sind und wo auch Ceauseskus Sohn Niko das parteiliche Regiment führte. Es gab Kämpfe zwischen Sekuritate-Einheiten und Militäreinheiten, aber man kann heute sagen, die waren alle mehr oder weniger irregeführt von dieser geschürten Hysterie. Das Ende des Regimes wird gegen Mittag im Fernsehen verkündet. Demonstranten, darunter viele Intellektuelle, besetzen das Fernsehstudio. Eine Telerevolution. Doch auch hier Chaos. Was erst später berichtet wird, Nikolai Ceausescu und seine Frau sind inzwischen vom Militär festgesetzt worden. Eine halbe Stunde später taucht plötzlich ein neuer Mann im Fernsehen auf. Ion Ilyescu. Er lässt sich als Präsident der Übergangsregierung feiern. Seit 1987 hatte er sich in Artikeln zu Gorbatschow und Perestroika bekannt. Er wird im Westen und von der Sowjetunion akzeptiert. Sein scheinbar spontaner Auftritt im Fernsehen, offenbar von längerer Hand geplant und nun massenmedial inszeniert. Ilyescu hat in Moskau studiert. Bis heute werden ihm Verbindungen zum KGB nachgesagt. Unter Ceausescu ist der Propagandasekretär. Lange gilt er als sein Kronprinz, bis er 1980 in Ungnade fällt. Am Abend des 22. Dezember steht er an der Stelle, an der Ceausescu noch wenige Stunden zuvor versucht hat, seine Macht zu retten. Jetzt verkündet er Freiheit und Demokratie. Nicoletas Vater, der zusammen mit seinen Kindern ins Gefängnis gesperrt wurde, wird am Abend des Sturzes entlassen. Als er nach Hause kommt, wartet seine Frau auf ihn. Abends gegen 8, 9 Uhr war er zu Hause. Im Gefängnis hatten sie ihm gesagt, seine Kinder wären schon zu Hause. Er war beruhigt und sicher, uns hier vorzufinden. Als er zur Türe reinkam, rief er, Sieg! Denn alle Welt wusste, dass Ceausescu verhaftet worden war. Und das war das Wort, das in diesem Augenblick die Freude aller Rumänen ausdrückte. Wir hatten gewonnen. Und als er in die Wohnung kam, rief er also, Sieg! Doch meine Mutter antwortete, Sieg? Aber wo sind denn die Kinder? Auch die wilden Schießereien gehen in Teilen der Stadt weiter. Jeder gegen jeden. Keiner weiß, wer welche Befehle erteilt. Bürgerkriegsähnliche Zustände, die die Stimmung anheizen. Auch noch am nächsten Tag. Die neue Führung hat auch sofort Gewehre ausgegeben an die Zivilbevölkerung. Man wusste also nicht mehr, wann, wie viele, wem. Aber dadurch war natürlich absolut nicht mehr zu klären, wer wann auf wen schoss. Gleichzeitig wurde behauptet, dieses seien alles Schützen der Armee und des Geheimdienstes, die Ceausescu verteidigen wollten. Und solange Ceausescu noch lebe, werde es in Rumänien Kräfte geben, die zu seiner Verteidigung auf die unschuldige Bevölkerung schießen würde. Und natürlich auch die unschuldige Führung angreifen würde. Die Opfer der Straßenkämpfe, oftmals Unbeteiligte, wie der Vater des damals 16-jährigen Katalin Giurcano. Am 23. bin ich wieder hier gewesen und stand hier auf dem Platz. Dann bin ich in Richtung meines Zuhauses gegangen und mein Vater kam mir entgegen. Und 100 Meter von mir entfernt, wurde er erschossen, mit einem Maschinengewehr. Ich habe ihn nach 10 Minuten, glaube ich, nachdem er erschossen worden war, entdeckt. Er lag ausgestreckt auf der Straße. Erschossen. Voller Blut. Ich konnte das zuerst überhaupt nicht glauben. Und dann habe ich angefangen zu weinen. Das war alles. Katalins Vater war in seinem eigenen Wohnviertel unterwegs, auf dem Weg zu den Demonstrationen. Ich musste also meinen Vater dort liegen lassen. Und ich bin nach Hause gegangen. Und dort kam der grausamste Teil. Als ich meine Mutter traf und sie mich fragte, wo mein Vater sei, da ist etwas in mir zerbrochen. Ich hatte keine Kraft, ihr zu sagen, was geschehen ist. Meine Nachbarn haben es ihr gesagt. So wie Katalins Vater sterben in diesen Tagen über 1000 Zivilisten auf den Straßen Bukarets. Bis heute ein nicht aufgearbeitetes Kapitel der rumänischen Geschichte. Abseits der Unruhen und Kämpfe im Zentrum von Bukarest werden immer noch Menschen festgehalten. So wie Nicoletta, die wie andere Kinder auch vom Gefängnis in ein Erziehungsheim gebracht wird. Obwohl die Schauscheskus längst festgenommen sind, muss sie mit anderen Kindern noch vor dem Bild des Diktatorenpaares beten. Ein absurdes Szenario. Doch schließlich kommen auch sie und ihr Bruder frei. Am 23. Dezember, am Nachmittag, bin ich nach Hause gekommen. Meine Mutter hatte uns vom Umerziehungsheim abgeholt. Vater erwartete uns zu Hause. Alle Nachbarn wussten, was uns passiert war. Und mein Vater kam barfuß raus. Er kam aus unserer Wohnung im Block barfuß. Und weinend hat er uns in die Arme genommen. Am Heiligen Abend beschließt die Klicke um Ion Ilescu, den in ihrer Gewalt befindlichen Schauscheskus, den Prozess zu machen. In Tergovisch, einer Garnison in der Nähe von Bukarest, wo das Diktatorenpaar seit zwei Tagen festgehalten wird. Die Anklage wird vertreten vom jungen, unerfahrenen Militärstaatsanwalt Dan Wojna. Nach einer Anfrage bei der Staatsanwaltschaft bietet er an, den Prozess zu führen. In wenigen Stunden trägt er mit Kollegen einige Hauptanklagepunkte zusammen. Es geht um vielfache Tötungen, die verschuldete Armut des Landes und die schlechte medizinische Versorgung des Volkes. Mir erschien dieser Prozess außerordentlich wichtig. Ich konnte die Teilnahme daran nicht verweigern. Die Idee vom Vorsitzenden des Militärgerichts, Chikapoppa, war ja, mit dem Gerichtsverfahren zu beginnen, auch wenn unsere Akte noch nicht vollständig war, was die Beweise anging. Denn es war die Absicht, dass zu den Folgeterminen, die wir dann festlegen wollten, Zeugen geladen und Beweismittel für die Schuld der beiden Diktatoren erhoben werden würden. Alle Prozessbeteiligten werden in die abgeschirmte Provinz gebracht. Innerhalb eines Tages wird das Standgericht gebildet. Eine Schlüsselfigur, General Stankulescu, der erst die Hubschrauberflucht der Schocheskus organisiert und nun den Prozess. Soll der Kondukator geopfert werden, um der zweiten Garde das Fortbestehen zu sichern? Dann Wojna, der junge Staatsanwalt, verließ die Anklage und rechnet mit einer gründlichen Beweisaufnahme. Mit vielen Verhandlungstagen. Doch die Schocheskus nehmen das Verfahren gar nicht ernst. Wohl auch, weil ihr enger vertrauter General Stankulescu dabei ist. Dann allerdings plädiert Dan Wojna auf Todesstrafe. Aber niemand sagte uns, dass sie noch am selben Tag erschossen werden sollten. Doch das hatte die neue Führungsklicke längst beschlossen. Später habe ich aus einem Eingeständnis von Premierminister Peter Roman erfahren, dass er vor Prozessbeginn mit John Ilyescu, dem neuen Präsidenten, mit Viktor Stankulescu und mit Silvio Brukan diese Entscheidung in einer Toilette im Gebäude des Ministeriums für nationale Verteidigung getroffen hatte. In der Toilette, damit sie nicht von anderen Personen belauscht werden konnten. Offenbar setzen Ilyescu und seine Vertrauten auf die Symbolkraft einer raschen Hinrichtung. Wie sich später herausstellt, arbeiteten sie im eigenen Interesse schon seit Monaten an der Beseitigung des Kondukators. Es war die einzige vernünftige Entscheidung. Und es war eine politische Entscheidung. Gefolgt von einem Gerichtsverfahren, um die Hauptverantwortlichen für die Situation im Land zu verurteilen. Während General Stankulescu gelangweilt Papierflugzeuge bastelt, wird das Schicksal der Schauscheskos besiegelt. Ein politischer Prozess, wie er erst durch den von Schauschescu selbst ausgerufenen Notstand möglich wurde. Gefilmt von einem eigens eingeflogenen Kameramann des staatlichen Fernsehens. Bis zum Schluss verweigert das Diktatorenpaar dem Gericht die Anerkennung und verzichtet darauf, auf Geisteskrankheit zu plädieren. Nikolai und Elena Schauschescu werden im Hof des Gebäudes hingerichtet. Die Bilder des toten Diktatorenpaares gehen um die Welt. Auch das rumänische Fernsehen zeigt sie einen Tag später als eindeutigen Beweis dafür, dass die beiden wirklich tot sind. Nur in Rumänien war der Staatspräsident zugleich der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Deswegen musste nur in Rumänien dieser Oberbefehlshaber vor den Augen des Volkes, also im Fernsehen, das damals eine hundertprozentige Einschaltquote hatte, liquidiert werden. Ein ordentliches Gericht, ein Nürnberger Prozess, ein rumänischer Prozess, wenn Sie so wollen, Bukarester oder Temeschwarer Prozess, das wäre es gewesen. Und das Land hätte ohne diese dubiosen Untertöne den Zugang zu der Zeit nach Schauschescu gefunden. Aber das haben sie nicht gemacht und verhindert. Und davon bin ich allerdings überzeugt. Sie haben es verhindert, weil Schauschescu nicht auspacken sollte über seine Helfer. Die Details über die Hintergründe des Prozesses sind bis heute ungeklärt. Viele Rumänen besuchen noch immer am Todestag das Grab des Kondukators. Der jahrzehntelange Personenkult hat offensichtlich seine Wirkung nicht verfehlt. Mit dem Tod des Diktators normalisiert sich die Situation. Die Übergangsregierung verspricht eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation, freie Wahlen, Meinungs- und Pressefreiheit. Doch der erhoffte Wandel bleibt aus. Die Mehrzahl der alten Nomenklatura bleibt in Amt und Würgen. Anfang 1990 gehen die Rumänen wieder auf die Straße. Diesmal gegen die Übergangsregierung unter John Ilyescu. Sie sammeln Unterschriften, damit das Vermögen der kommunistischen Partei, den Bürgern, nicht der neuen Regierung zugute kommt. Und sie wehren sich gegen das erneute Demonstrationsverbot. Die Leute gingen auf die Straße, weil sie sahen, wie sich der Mythos der spontanen Revolutionäre langsam in Rauch auflöste. Weil man merkte, dass die Führer dieser Fraktion eigentlich nur auf die Machtübernahme ausgingen. Fünf Monate nach der Hinrichtung der Ceausescus finden am 20. Mai 1990 Wahlen statt. 200 Parteien sind zugelassen. Eine große Opposition. Doch es sind viele Splitterparteien darunter, die sich gegenseitig zerfleischen. Es gewinnt John Ilyescu mit unglaublichen 85 Prozent und seine Partei der Übergangsregierung, die Front der nationalen Rettung. Ilyescu gilt als Freund Gorbatschos. Er nimmt intensive politische und wirtschaftliche Beziehungen zur Sowjetunion auf, die Ceausescu jahrelang auf ein Minimum beschränkt hatte. Ilyescus Comeback. Zunächst von vielen bejubelt, schon bald umstritten. Die neue Regierung propagiert einen Kommunismus mit menschlichem Antlitz. Doch die Rumänen verbrennen öffentlich ihre Parteibücher. Sie wollen Demokratie und fühlen sich verraten. Gegen dutzende Geheimdienstmitarbeiter werden Prozesse geführt. Doch andere bleiben unbehelligt. 1990 wird der brutale Geheimdienst Sekuritate offiziell aufgelöst. Doch die Akten unzähliger Opfer und Täter bleiben verschwunden. Viele ehemalige feste Mitarbeiter wechseln in den neuen rumänischen Geheimdienst. Noch heute sind dort etwa 40 Prozent von ihnen beschäftigt. Im Sekuritate-Archiv, vergleichbar mit der deutschen Birtlerbehörde, lagern rund zwei Millionen Dokumente. Bürger können ihre Akten zwar einsehen, erfahren aber keine Namen. Eine sehr schleppende Aufarbeitung. Erstens sind sehr viele, die damals involviert waren, umgebracht worden. Und zwar Leute, gerade die sehr viel wissen konnten. Zum Zweiten sind auch eine ganze Menge und viel mehr als anderswo ins Gefängnis gesteckt worden. Und einige von ihnen, wie zum Beispiel Julian Wlad, der damalige Chef der Sekuritate, oder auch Stan Kulescu, die beide diese Scharnierfunktion innehatten, die schweigen aus Angst. Unterdessen nimmt der Widerstand gegen die neue Regierung unter dem Reformkommunisten John Ilyescu kein Ende. Ab Anfang 1990 demonstrieren immer wieder Tausende, vor allem Studenten, gegen seine Politik. Sie werden von ihm als Lumpen, Taugenichtse und Faschisten beschimpft. Worte, die auch Ceausescu für seine Gegner benutzt hat. Doch Ilyescu weiß sich zu helfen. Er ruft Bergarbeiter nach Bukarest. Die Bergarbeiter gehen brutal gegen die sogenannten Gegner der Demokratie vor. Sechs Tote und mehr als 100 Verletzte sind die Opfer. Für ihren verdienstvollen Einsatz für die Demokratie bedankt sich Ilyescu schließlich bei den gewalttätigen Bergarbeitern, bereits Vorzeigehelden der Ceausescu-Ära. Für den Revolutionär Theodor Marisch, der Ilyescu seit Jahren für die Opfer von 89 und 90 vor Gericht bringen will, ein Skandal. Sicher ist, dass die Bergarbeiter von der politischen Macht gerufen wurden, die die Wahlen am 20. Mai gewonnen hatte. Das heißt von der Front der nationalen Rettung. Der Befehl zur Niederwerfung auf dem Platz der Universität wurde eindeutig von John Ilyescu gegeben. Er ist ein Aufschneider. Er stellt sich selbst als Revolutionär dar. Niemand von denjenigen, die an der Revolution teilgenommen haben, sieht ihn so. Er hat überhaupt keinen Beruf. Er ist ein Provokateur, der von anarchistischen Elementen benutzt wird. Er hat nicht das Recht, als Revolutionär und im Namen der Demokratie zu sprechen. Er ist ein spezielles anarchistisches Element, lediglich ein Instrument, das von anderen benutzt wird. Er ist ein Söldner. Er wird von jemandem bezahlt. Für Katalin und Nicoletta, die Kinder der Revolution, ist es sehr wichtig, dass die, die für ihr Leid während der Revolution verantwortlich waren, vor Gericht gestellt werden. Auch noch nach 20 Jahren. Der Hauptverantwortliche ist für sie John Ilyescu, der in seiner insgesamt zehnjährigen Amtszeit die Aufarbeitung der Ereignisse von 1989 verhindert hat. Wir wollen die Wahrheit über die Revolution erfahren. Das sind wir jenen schuldig, die gestorben sind. Wir müssen das zu einem guten Abschluss bringen, was sie damals begonnen hatten. Und selbst wenn schon 20 Jahre seit der Revolution vergangen sind, ist das meiner Meinung nach in der Geschichte sehr wenig. Und noch kann man etwas tun. Es müssen alle zur Verantwortung gezogen werden, die uns gequält haben, die uns in den Gefängnissen hielten, alle, die unsere Eltern ermordeten, alle, die uns in diesen Jahren leiden ließen. Nicoletta Mattei macht eine Ausbildung zur Juristin, hat eine Stelle bei der demokratischen Regierung unter Trajan Bassescu, wo inzwischen zaghaft mit der Aufarbeitung der Revolution von 89 begonnen wurde. Dan Wojner, der Ankläger Ceausescus, ist heute stellvertretender Generalstaatsanwalt von Rumänien. Die Details und Hintergründe seines legendären Prozesses sind bis heute nicht offen hinterfragt worden. Und auch Gerichtsverfahren gegen damals Verantwortliche ziehen sich hin. Ich glaube, dass der Rechtsstaat Rumänien noch nicht richtig funktioniert. Der Beweis dafür ist, dass es nicht gelingt, solche Prozesse und andere Fälle, die mit der Vergangenheit zusammenhängen, in der Justiz abschließend zu bearbeiten. So wie es in einem Rechtsstaat normal wäre, in dem die Menschen sich nicht allein Recht verschaffen müssen, sondern wo das von der Justiz übernommen wird. Rumänien, 20 Jahre nach der blutigsten Revolution im ehemaligen Ostblock, mit über 1000 Toten. Viele Politiker und Wirtschaftsbosse haben sich hinübergerettet in die Demokratie. 1991 wurde die Diktatur abgeschafft, doch noch immer sind Politiker aus der Ceausescu-Ära im Amt. Eine einzige Gedenkstätte im äußersten Norden Rumäniens, in Siget, beschäftigt sich mit der Aufarbeitung der Revolution. Jüngst ist das erste Schulgeschichtsbuch erschienen, das sich mit den Ereignissen von vor 20 Jahren auseinandersetzt. General Stankulescu ist im Oktober 2008 zu 15 Jahren Haft verurteilt worden, schuldig an der tödlichen Niederschlagung der Demonstrationen in Temeschwar 1989. Doch von einer gründlichen Aufarbeitung der Vergangenheit, wie sie in anderen Ostblockstaaten stattgefunden hat, ist Rumänien noch weit entfernt. Der jahrzehntelange Personenkult hat offensichtlich seine Wirkung nicht verfehlt. Mit dem Tod des Diktators normalisiert sich die Situation. Die Übergangsregierung verspricht eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation, freie Wahlen, Meinungs- und Pressefreiheit. Doch der erhoffte Wandel bleibt aus. Die Mehrzahl der alten Nomenklatura bleibt in Amt und Würgen. Anfang 1990 gehen die Rumänen wieder auf die Straße. Diesmal gegen die Übergangsregierung unter John Ilyescu. Sie sammeln Unterschriften, damit das Vermögen der kommunistischen Partei, den Bürgern, nicht der neuen Regierung zugute kommt. Und sie wehren sich gegen das erneute Demonstrationsverbot. Die Leute gingen auf die Straße, weil sie sahen, wie sich der Mythos der spontanen Revolutionäre langsam in Rauch auflöste. Weil man merkte, dass die Führer dieser Fraktion eigentlich nur auf die Machtübernahme ausgingen. Fünf Monate nach der Hinrichtung der Ceausescus finden am 20. Mai 1990 Wahlen statt. 200 Parteien sind zugelassen, eine große Opposition, doch es sind viele Splitterparteien darunter, die sich gegenseitig zerfleischen. Es gewinnt John Ilyescu mit unglaublichen 85 Prozent und seine Partei der Übergangsregierung, die Front der nationalen Rettung. Ilyescu gilt als Freund Gorbatschos. Er nimmt intensive politische und wirtschaftliche Beziehungen zur Sowjetunion auf, die Ceausescu jahrelang auf ein Minimum beschränkt hatte. Ilyescu's Comeback. Zunächst von vielen bejubelt, schon bald umstritten. Die neue Regierung propagiert einen Kommunismus mit menschlichem Antlitz. Doch die Rumänen verbrennen öffentlich ihre Parteibücher. Sie wollen Demokratie und fühlen sich verraten. Gegen dutzende Geheimdienstmitarbeiter werden Prozesse geführt. Doch andere bleiben unbehelligt. 1990 wird der brutale Geheimdienst Securitate offiziell aufgelöst. Doch die Akten unzähliger Opfer und Täter bleiben verschwunden. Viele ehemalige feste Mitarbeiter wechseln in den neuen rumänischen Geheimdienst. Noch heute sind dort etwa 40 Prozent von ihnen beschäftigt. Im Securitate-Archiv vergleichbar mit der deutschen Birtlerbehörde Kondukators. Der jahrzehntelange Personenkult hat offensichtlich seine Wirkung nicht verfehlt. Mit dem Tod des Diktators normalisiert sich die Situation. Die Übergangsregierung verspricht eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation, freie Wahlen, Meinungs- und Pressefreiheit. Doch der erhoffte Wandel bleibt aus. Die Mehrzahl der alten Nomenklatura bleibt in Amt und Würgen. Anfang 1990 gehen die Rumänen wieder auf die Straße. Diesmal gegen die Übergangsregierung unter John Ilyescu. Sie sammeln Unterschriften, damit das Vermögen der kommunistischen Partei, den Bürgern, nicht der neuen Regierung zugute kommt. Und sie wehren sich gegen das erneute Demonstrationsverbot. Die Leute gingen auf die Straße, weil sie sahen, wie sich der Mythos der spontanen Revolutionäre langsam in Rauch auflöste. Weil man merkte, dass die Führer dieser Fraktion eigentlich nur auf die Machtübernahme ausgingen. Fünf Monate nach der Hinrichtung der Ceausescus finden am 20. Mai 1990 Wahlen statt. 200 Parteien sind zugelassen, eine große Opposition, doch es sind viele Splitterparteien darunter, die sich gegenseitig zerfleischen. Es gewinnt John Ilyescu mit unglaublichen 85 Prozent und seine Partei der Übergangsregierung, die Front der nationalen Rettung. Ilyescu gilt als Freund Gorbatschos. Er nimmt intensive politische und wirtschaftliche Beziehungen zur Sowjetunion auf, die Ceausescu jahrelang auf ein Minimum beschränkt hatte. Ilyescu's Comeback. Zunächst von vielen bejubelt, schon bald umstritten. Die neue Regierung propagiert einen Kommunismus mit menschlichem Antlitz. Doch die Rumänen verbrennen öffentlich ihre Parteibücher. Sie wollen Demokratie und fühlen sich verraten. Gegen dutzende Geheimdienstmitarbeiter werden Prozesse geführt. Doch andere bleiben unbehelligt. 1990 wird der brutale Geheimdienst Securitate offiziell aufgelöst. Doch die Akten unzähliger Opfer und Täter bleiben verschwunden. Viele ehemalige feste Mitarbeiter wechseln in den neuen rumänischen Geheimdienst. Noch heute sind dort etwa 40 Prozent von ihnen beschäftigt. Im Securitate-Archiv, vergleichbar mit der deutschen Birtlerbehörde. Es hatte eine ungeahnte Wirkung auf die Atmosphäre in Rumänien. Anfang November wird Töckisch, der seinen Posten in Temeswar räumen soll, von maskierten Geheimdienstlern überfallen. Am 15. Dezember soll er weggebracht werden. Er hat die Stimmung, die damals herrschte, nachdem die Staatsführung und deren Ordnungskräfte ihn von Temeswar in ein Dorf in Siebenbürgen deportieren wollte, wie man damals sagte, hat ganz einfach dazu geführt, dass die Menschen auf die Straße gingen. Aber man weiß auch wiederum, dass es sehr viele Jugendliche damals auf den Straßen gab, sowohl ansässige Temeswarer als auch kurzfristig Zugereiste, die die Menschen und die Studenten, die jungen Leute sozusagen vor das Haus von Türkisch getrieben haben und zum Aufstand aufgerufen haben. Die Menschen demonstrieren. Friedlich. Und Ceausescus Verteidigungsminister und der Geheimdienstchef lassen sie gewähren. Der Unmut war groß und man wusste von den Demonstrationen vom November 1985 in Kronstadt, Braschow, dass dieser Unmut besteht und dass man diesen Unmut auch kanalisieren und instrumentalisieren kann. Und so wachsen Unmut und Unzufriedenheit. Die friedliche Stimmung kippt. Viele Rumänen schauen nach Temeswar. Ich habe von Kindesbeinen an Radio Free Europe gehört und in der Nacht des 17. Dezember haben wir alles gewusst, was in Temeswar passiert war. Wir haben alles gewusst. Amst steht dort. Ceausescu, Oberbefehlshaber der Streitkräfte, erteilt nun doch den Schießbefehl. Es fallen erste Schüsse. Gerüchte von tausenden Toten machen die Runde. Sender und Zeitungen im In- und Ausland berichten darüber. Einige Leichen werden in Bukarest heimlich verbrannt, um sie nicht identifizieren zu können. Tatsächlich sterben insgesamt 60 Menschen. Drei Tage später hält Ceausescu seine bestellte Versammlung vor 100.000 Rumänen ab. Eingeschüchterte Arbeiter, Mitläufer des Regimes, die dazu extra nach Bukarest gefahren wurden. Das Fernsehen überträgt wie immer, wenn der Diktator Partei der Übergangsregierung die Front der nationalen Rettung. Ilyescu gilt als Freund Gorbatschos. Er nimmt intensive politische und wirtschaftliche Beziehungen zur Sowjetunion auf, die Ceausescu jahrelang auf ein Minimum beschränkt hatte. Ilyescus Comeback. Zunächst von vielen bejubelt, schon bald umstritten. Die neue Regierung propagiert einen Kommunismus mit menschlichem Antlitz. Doch die Rumänen verbrennen öffentlich ihre Parteibücher. Sie wollen Demokratie und fühlen sich verraten. Gegen dutzende Geheimdienstmitarbeiter werden Prozesse geführt. Doch andere bleiben unbehelligt. 1990 wird der brutale Geheimdienst Sekuritate offiziell aufgelöst. Doch die Akten unzähliger Opfer und Täter bleiben verschwunden. Viele ehemalige feste Mitarbeiter wechseln in den neuen rumänischen Geheimdienst. Noch heute sind dort etwa 40 Prozent von ihnen beschäftigt. Im Sekuritate-Archiv, vergleichbar mit der deutschen Bürtlerbehörde, lagern rund zwei Millionen Dokumente. Bürger können ihre Akten zwar einsehen, erfahren aber keine Namen. Eine sehr schleppende Aufarbeitung. Erstens sind sehr viele, die damals involviert waren, umgebracht worden. Und zwar Leute, gerade die sehr viel wissen konnten. Zum Zweiten sind auch eine ganze Menge und viel mehr als anderswo ins Gefängnis gesteckt worden. Und einige von ihnen, wie zum Beispiel Julian Wlad, der damalige Chef der Sekuritate, oder auch Strenkulescu, die beide diese Scharnierfunktion inne hatten, die schweigen aus Angst. Unterdessen nimmt der Widerstand gegen die neue Regierung unter dem Reformkommunisten John Ilyescu kein Ende. Ab Anfang 1990 demonstrieren immer wieder Tausende, vor allem Studenten, gegen seine Politik. Sie werden von ihm als Lumpen, Taugenichtse und Faschisten beschimpft. Worte, die auch Ceausescu für seine Gegner benutzt hat. Doch Ilyescu weiß sich zu helfen. Er ruft Bergarbeiter nach Bukarest. Die Bergarbeiter gehen brutal gegen die sogenannten Gegner der Demokratie vor. Sechs Tote und mehr als 100 Verletzte sind die Opfer. Für ihren Verdienst mehr vom Ostblock und von der Sowjetunion ab. Dagobert Lindlau, damals ARD-Korrespondent, drehte zahlreiche Reportagen über die Lage in Rumänien unter Ceausescu. Er hatte 1989 die Gelegenheit, ein Interview mit ihm zu machen. Das letzte vor dessen Sturz. Darin verteidigt der Diktator seine eigene Vorstellung vom Sozialismus. Wir können uns keinen Sozialismus vorstellen, der nicht die grundlegenden gesellschaftlichen Probleme löst, der nicht Gleichheit zwischen den Menschen schafft, der die Zweiteilung der Welt in Arme und Reiche nicht aufhebt. Ceausescu gibt sich ganz staatsmännisch, überzeugt von seinem Kurs. Doch er wirkt verbraucht, müde, der Lage nicht mehr gewachsen. Ich hatte mir immer vorgestellt, dass der Kondukator, der gottgleich verehrte Führer der Rumänen, irgendetwas von diesem Format hat. Und wenn man ihn dann vor sich hat und wenn man ihn genau anschaut, wenn man seine Fingernägel anschaut, wenn man anschaut, ob er geschminkt ist, es gibt ja viele Gerüchte, wenn man so jemanden trifft, die man überprüfen will, dann stellt man fest, dass er eigentlich ein rumänisches Bäuerchen ist, der irgendwie zum guten Anzug gekommen ist. So wirkt er auf einen. Und man versteht den ganzen Personenkult überhaupt nicht mehr. Man merkt auch, und das ist das Erschütternde daran, dass er von seiner Praetorianer Garde vollkommen abgeschirmt wird. Dass er also in dem Moment, in dem er mit einem reden will, weil er was erfahren will, warum denkt die Welt draußen so über mich, wie sie eben über mich denkt, was ich ihm gern erzählt hätte, dann greifen die sofort ein und verhindern jedes Gespräch. Das heißt, er war auch desinformiert. Er war eine Puppe im Grunde, die vorgeschoben wurde. Längst ist Schauscheskus Kurs verhärtet. Er findet sich seit Mitte der 80er immer mehr im Einklang mit Erich Honecker und der DDR mit seiner Ablehnung von Gorbatschows Perestroika. Auf seinem letzten Parteitag im November 1989 verweigert Schauschesku jegliche wirtschaftliche und politische Reformen, trotz des zunehmenden Elends der Menschen. Die Rumänen seien ein freies Volk, es würde ihnen an nichts mangeln. Als Schauschesku Anfang Dezember 1989 nach Moskau zu Gorbatschow reist, wird ihm dort sein Rücktritt nahegelegt. Doch er weigert sich und hält unbeirrt an seinem diktatorischen Kurs fest. Das Verhältnis zur Sowjetunion war auch unter Brezhnev nicht gut. Es hatte sich unter Andropos... ...de der Welt verschlingen immense Summen. Rumänien war als erstes Land des Ostblocks dem IWF und der Weltbank beigetreten. Und der IWF versuchte nun dem Regime in Rumänien ein Austeritätsprogramm, also ein Sparprogramm für die Bevölkerung aufzudrängen. Schauschesku entwirft 1981 sein eigenes Sparprogramm. Um die 11 Milliarden Dollar Staatsschulden zurückzuzahlen, gehen die meisten Nahrungsmittel in den Export. 1982 werden Lebensmittel rationiert. Die Folgen sind verheerend. Das bedeutete für die Bevölkerung, dass man auch kaum mehr oder nur ein Mindestmaß mehr an Heizmitteln importieren konnte. Die Menschen haben also nicht nur, sagen wir mal, Not gelitten. Es wurde sehr vieles nur noch für viel Geld unter dem Ladentisch verkauft, was man normalerweise in den Geschäften gefunden hatte. Und vor allem die Kälte, die die Menschen in ihren Häusern, die Reduzierungen von Elektrizität, natürlich auch die verkürzten Fernsehstunden, nur noch zwei Stunden Fernsehen am Tag. Also sozusagen, es gab weder Brot noch Spiele. Das war dann doch für viele Menschen zu viel. Luxus gibt es nur für das Diktatorenpaar. Das Volk lebt in Armut. Doch darüber wird nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Es gab quasi zwei Welten in jedem Haus, eine innere und eine äußere. Die ganz nahestehenden Verwandte, sehr gute Nachbarn, sehr gute Freunde, die sprachen über die Lage. Wir sind damit aufgewachsen, dass über den Kommunismus gelästert wurde. An den Straßenecken zum Beispiel. Wir sprachen über das Elend, in dem wir lebten. Aber niemand hatte den Mut, etwas dagegen zu unternehmen. Denn Ceausescu baut gerade in den 80er Jahren den Geheimdienst Securitate weiter aus. Der erstickt alle Ansätze für eine Opposition bereits im Keim. Bespitzelungen, Hausarreste, Folter, viele Regimegegner werden auch in die Psychiatrie eingesperrt oder zur Ausreise gedrängt. Für den Westen ist Ceausescu dennoch lange ein Hoffnungsträger. Er schert bei der Niederwerfung des Prager Frühlings 1968 aus dem Warschauer Pakt aus, verfolgt ab Mitte der 70er Jahre diplomatische Beziehungen zu Israel, später auch zur Bundesrepublik und anderen Staaten. Damit grenzt er sich immer mehr vom Ostblock und von der Sowjetunion ab. Dagobert Lindlau, damals ARD-Korrespondent, drehte zahlreiche Reportagen über die Lage in Rumänien unter Ceausescu. Und es gibt einen ungarischen Pastor, der bereits seit Jahren die Religions-, Minderheiten- und Menschenrechtspolitik Ceausescus kritisiert. Laszlo Töckisch. Der Geheimdienst Securitate lässt ihn auffallend lange gewähren. Kommt er den Parteikadern, die den Diktator ebenso kritisieren, gerade recht? Bereits im Juli 1989 hatte er dem ungarischen Fernsehen ein Interview gegeben und darin beklagt, dass die Rumänen ihre Menschenrechte gar nicht kennen würden. Meine Botschaft in dem Interview war, dass wir die Diktatur und Ceausescu nicht unterstützen dürfen. Das wurde dringend gebraucht, um Ceausescu zu demaskieren. Das Interview wird im ungarennahen Grenzgebiet empfangen. Endlich klagt jemand das Regime wegen der verheerenden wirtschaftlichen Lage und der Missachtung der Menschenrechte öffentlich an. Eine Initialzündung. Dieses Interview löste einen Schock aus, bei der Securitate genauso wie bei den Rumänen. Vor allem an der Grenze konnte das Programm gesehen werden, denn damals war es verboten, ausländische Fernsehkanäle zu gucken. Wie die es sahen, waren total geschockt. Und Kopien von dem Interview wurden in ganz Rumänien verbreitet. Besonders in Transsilvanien, in Siebenbürgen. Es hatte eine ungeahnte Wirkung auf die Atmosphäre in Rumänien. Anfang November wird Türkisch, der seinen Posten in Temeswar räumen soll, von maskierten Geheimdienstlern überfallen. Am 15. Dezember soll er weggebracht werden. Er hat die Stimmung, die damals herrschte, nachdem die Staatsführung und deren Ordnungskräfte ihn von Temeswar in ein Dorf in Siebenbürgen deportieren wollte, wie man damals sagte. Das hat ganz einfach dazu geführt, dass die Menschen auf die Straße gingen. Aber man weiß auch wiederum, dass es sehr viele Jugendliche damals auf den Straßen gab. Ich habe sowohl ansässige Temeswarer als auch kurzfristig Zugereiste, die die Menschen und die Studenten, die jungen Leute, sozusagen vor das Haus von Türkisch getrieben haben und zum Aufstand aufgerufen haben. Die Menschen demonstrieren. Die Kundgebung des Regimes wird innerhalb weniger Stunden zum Volksaufstand. Die Menschen harren aus, warten, was passiert, werden von anderen mit Essen und Trinken versorgt. Selbst zehn Stunden nach der Rede Schorzeskus wollen sie nicht nach Hause. Noch in derselben Nacht wird geschossen. Polizei, Armee und Geheimdienst, inzwischen auch gegeneinander. Es kommt zu willkürlichen Verhaftungen. Wer zuerst schießt, ist bis heute unklar. Auch Nicoletta, ihr Bruder und ihr Vater werden überraschend festgenommen, mitten aus der demonstrierenden Menge heraus. Nicoletta muss am eigenen Leib erfahren, wozu die Schergen Schorzeskus fähig sind. In einer Garage der Polizei. An den Bänden ringsherum standen Menschen mit erhobenen Armen. Die Garage war geschlossen und sie schlugen uns und forderten, wir sollten Freiheit rufen. Und je lauter wir riefen, desto öfter sagten sie, wir hören nichts, wir hören nichts. Dann riefen wir Freiheit, Freiheit und sie schlugen uns dabei. Sie schlugen auf uns ein, immer stärker. Wenn wir uns umdrehten oder Au riefen, brüllten sie uns an und schlugen uns auf Arme und Beine. Sie nahmen Wassereimer, füllten sie dort am Wasserhahn und schütteten sie über uns aus. Hinter unserem Rücken wurde ein Mann geschlagen. Zwei Männer wurden geschlagen. Einer von ihnen wurde totgeschlagen. Sie haben ihn hier hinter meinem Rücken totgeschlagen. Am nächsten Morgen ruft Schauschesko über das staatliche Fernsehen den nationalen Notstand aus. Viele Menschen kommen wieder ins Zentrum. Sie hoffen, dass der verhasste Diktator endlich verschwindet. Schauschesko versucht gegen Mittag nochmal, die Rumänen auf seine Seite zu ziehen. Erst vom Balkon aus, später vom Dach des ZK. Vergebens. Katalin Giocano ist seit dem 22. Dezember im Zentrum dabei. Er hat genug von der Armut und dem Elend, in denen er aufgewachsen ist. Die Regierung unter dem Reformkommunisten John Ilyescu kein Ende. Ab Anfang 1990 demonstrieren immer wieder Tausende, vor allem Studenten, gegen seine Politik. Sie werden von ihm als Lumpen, Taugenichtse und Faschisten beschimpft. Worte, die auch Schauschesko für seine Gegner benutzt hat. Doch Ilyescu weiß sich zu helfen. Er ruft Bergarbeiter nach Bukarest. Die Bergarbeiter gehen brutal gegen die sogenannten Gegner der Demokratie vor. Sechs Tote und mehr als 100 Verletzte sind die Opfer. Für ihren verdienstvollen Einsatz für die Demokratie bedankt sich Ilyescu schließlich bei den gewalttätigen Bergarbeitern, bereits Vorzeigehelden der Schauschesko-Ära. Für den Revolutionär Theodor Marisch, der Ilyescu seit Jahren für die Opfer von 89 und 90 vor Gericht bringen will, ein Skandal. Sicher ist, dass die Bergarbeiter von der politischen Macht gerufen wurden, die die Wahlen am 20. Mai gewonnen hatte. Das heißt, von der Front der nationalen Rettung. Der Befehl zur Niederwerfung auf dem Platz der Universität wurde eindeutig von Ilyescu gegeben. Er ist ein Aufschneider. Er stellt sich selbst als Revolutionär dar. Niemand von denjenigen, die an der Revolution teilgenommen haben, sieht ihn so. Er hat überhaupt keinen Beruf. Er ist ein Provokateur, der von anarchistischen Elementen benutzt wird. Er hat nicht das Recht, als Revolutionär und im Namen der Demokratie zu sprechen. Er ist ein spezielles anarchistisches Element, lediglich ein Instrument, das von anderen benutzt wird. Er ist ein Söldner. Er wird von jemandem bezahlt. Für Katalin und Nicoletta, die Kinder der Revolution, ist es sehr wichtig, dass die, die für ihr Leid während der Revolution verantwortlich waren, vor Gericht gestellt werden. Auch noch nach 20 Jahren. Der Hauptverantwortliche ist für sie John Ilyescu, der in seiner insgesamt 10-jährigen Amtszeit die Aufarbeitung der Ereignisse von 1989 verhindert hat. Wir wollen die Wahrheit über die Revolution erfahren. Das sind wir jener Au-Riefen, brüllten sie uns an und schlugen uns auf Arme und Beine. Sie nahmen Wassereimer, füllten sie dort am Wasserhahn und schütteten sie über uns aus. Hinter unserem Rücken wurde ein Mann geschlagen. Zwei Männer wurden geschlagen. Einer von ihnen wurde totgeschlagen. Sie haben ihn hier hinter meinem Rücken totgeschlagen. Am nächsten Morgen ruft Ceausescu über das staatliche Fernsehen den nationalen Notstand aus. Viele Menschen kommen wieder ins Zentrum. Sie hoffen, dass der verhasste Diktator endlich verschwindet. Schauschescu versucht gegen Mittag nochmal, die Rumänen auf seine Seite zu ziehen. Erst vom Balkon aus, später vom Dach des ZK. Vergebens. Katalin Giocano ist seit dem 22. Dezember im Zentrum dabei. Er hat genug von der Armut und dem Elend, in denen er aufgewachsen ist. Weil wir glaubten, dass der Moment gekommen ist, etwas im Land, in Rumänien zu ändern. Dass wir ein Regime stürzen, das mehr als unheilvoll für Rumänien war. Während in Bukarest Ceausescu noch um seine Macht ringt, wird die minderjährige Nicoletta mit ihrem Vater und dem kleinen Bruder in das Gefängnis von Jelava außerhalb der Hauptstadt gebracht. Die einen feiern schon den Umsturz, die anderen werden noch von den Handlangern Ceausescus festgehalten. Nach 20 Jahren kehrt sie zum ersten Mal an den Ort zurück, an dem sie schreckliche Stunden verbracht hat. Mit meinem Vater haben sie mich etwa 20 Minuten in einer Zelle gelassen. Dann haben sie mich von seiner Seite gerissen. Genauso wie sie auch meinen Bruder weggerissen hatten. Und dann haben sie mich in den Hof rausgebracht. Zusammen mit neun Jungen, alle minderjährig, in den Innenhof. Meine Hände waren mit einem Strick gefesselt. Und dann haben sie uns in einen anderen geschlossenen Transporter gebracht. Als ich neben ihm ging, sagte mein Vater nur, Nana, pass auf deinen Bruder auf. Nur das. Ich war sicher, dass mein Vater hier sterben würde. Die Rumäden, wie zum Beispiel beim Flughafen Otto Pen, es gab Kämpfe in Hermannstadt, Sibiu, wo sehr starke Militärgarnisonen stationiert sind und wo auch Ceausescus Sohn Niko das parteiliche Regiment führte. Es gab Kämpfe zwischen Sekuritätseinheiten und Militäreinheiten. Aber man kann heute sagen, die waren alle mehr oder weniger irregeführt von dieser geschürten Hysterie. Das Ende des Regimes wird gegen Mittag im Fernsehen verkündet. Demonstranten, darunter viele Intellektuelle, besetzen das Fernsehstudio. Eine Telerevolution. Doch auch hier Chaos. Was erst später berichtet wird, Nikolai Ceausescu und seine Frau sind inzwischen vom Militär festgesetzt worden. Eine halbe Stunde später taucht plötzlich ein neuer Mann im Fernsehen auf. John Ilyescu. Er lässt sich als Präsident der Übergangsregierung feiern. Seit 1987 hatte er sich in Artikeln zu Gorbatschow und Perestroika bekannt. Er wird im Westen und von der Sowjetunion akzeptiert. Sein scheinbar spontaner Auftritt im Fernsehen, offenbar von längerer Hand geplant und nun massenmedial inszeniert. Ilyescu hat in Moskau studiert. Bis heute werden ihm Verbindungen zum KGB nachgesagt. Unter Ceausescu ist der Propagandasekretär. Lange gilt er als sein Kronprinz, bis er 1980 in Ungnade fällt. Am Abend des 22. Dezember steht er an der Stelle, an der Ceausescu noch wenige Stunden zuvor versucht hat, seine Macht zu retten. Jetzt verkündet er Freiheit und Demokratie. Nicoletas Vater, der zusammen mit seinen Kindern ins Gefängnis gesperrt wurde, wird am Abend des Sturzes entlassen. Als er nach Hause kommt, wartet seine Frau auf ihn. Abends gegen 8, 9 Uhr war er zu Hause. Im Gefängnis hatten sie ihm gesagt, seine Kinder wären schon zu Hause. Er war beruhigt und sicher, uns hier vorzufinden. Als er zu Türe reinkam, rief er, Sieg! Denn alle Welt wusste, dass Ceausescu verhaftet worden war. Und das war das Wort, das in diesem Augenblick die Freude aller Rumänen ausdrückte. Wir hatten gewonnen. Und als er in die Wohnung kam, rief er also, Sieg! Doch meine Mutter antwortete, Sieg! Mut und dem Elend, in denen er aufgewachsen ist. Weil wir glaubten, dass der Moment gekommen ist, etwas im Land, in Rumänien zu ändern. Dass wir ein Regime stürzen, das mehr als unheilvoll für Rumänien war. Während in Bukarest Ceausescu noch um seine Macht ringt, wird die minderjährige Nicoleta mit ihrem Vater und dem kleinen Bruder in das Gefängnis von Jilawa außerhalb der Hauptstadt gebracht. Die einen feiern schon den Umsturz, die anderen werden noch von den Handlangern Ceausescus festgehalten. Nach 20 Jahren kehrt sie zum ersten Mal an den Ort zurück, an dem sie schreckliche Stunden verbracht hat. Mit meinem Vater haben sie mich etwa 20 Minuten in einer Zelle gelassen. Dann haben sie mich von seiner Seite gerissen. Genauso wie sie auch meinen Bruder weggerissen hatten. Und dann haben sie mich in den Hof rausgebracht. Zusammen mit neun Jungen, alle minderjährig, in den Innenhof. Meine Hände waren mit einem Strick gefesselt. Und dann haben sie uns in einen anderen, geschlossenen Transporter gebracht. Als ich neben ihm ging, sagte mein Vater nur, Nana, pass auf deinen Bruder auf. Nur das. Ich war sicher, dass mein Vater hier sterben würde. Die Rumänen sind noch immer vor dem ZK. Viele versuchen, in das Gebäude einzudringen. Auf dem Dach steht ein Hubschrauber bereit. Die Passagiere? Nikolai und Elena Ceausescu. Theodor Marisch, ehemaliger Fußballspieler und nicht politisch aktiv, beobachtet die Szene. Er will Ceausescu eigenhändig erwischen, läuft in das Gebäude des ZK und nimmt eine Waffe. Doch er kommt zu spät. Der Enthusiasmus war unendlich groß. Denn dieser Platz war voll. Hier waren Tausende, Hunderttausende Menschen. Ein Enthusiasmus, den nur wir, die wir hier waren, erleben konnten. Und wahrscheinlich auch nie wieder. Ich wünsche mir auch nicht, dass so etwas in Rumänien nochmal passiert. Man fing an, Bücher, Dokumente durch die Fenster hinauszuwerfen. Sogar Anzüge sah ich aus dem Fenster fliegen. Ich kann es nicht beschreiben, dieser Enthusiasmus, dass wir frei sind. Alle sehen mit an, wie der Hubschrauber mit dem Diktatorenpaar davonfliegt. Die Ceausescus sind auf der Flucht.